Das ist so einfach. Oder abuse die andere Kiste. Jetzt hätt's gegangen. Keine Ahnung, ob ich alle hab. Ich hab 16 Kisten. Okay. Ohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Das Leben lass ich mal Leben sein. So, und jetzt muss ich wieder zurück. Ich dachte, er wird schneller runterkommen. Das Leben kam nicht mehr. Wo ist der Checkpoint? Wie die Typen brüllen. Die Nitro-Kisten-Kiste ist in Todesfahrt, glaube ich. Ach stimmt, er war ja auch noch da. Hätten wir auch noch so, glaube ich, hochgekommen, gekonnt. Aber mit Dingsbums ist es natürlich ein bisschen besser. Müsste das. Sonst kann Sinn ergeben, wenn man zurückkeinen muss dafür. Ähm, weil wenn man auf, ja, weil man muss die normalen Holzkisten bis zum Ende einsammeln und dann wieder zurücklaufen, um dann die Todesplattform zu machen, um dann hinten die Nitro-Kiste zu aktivieren. Und dann hat man alle Kisten. So, jetzt müssen wir hier erstmal halt jetzt angucken. Oh ja. Okay. Ah, er ja. Dann krieg ich nur dezent Aggression, nur ganz dezent. Aber es ist zum Glück nicht so schwer und auch nicht, äh, das ging aber schnell. Nicht so schwer und nicht so viel einzusammeln, dauert nicht so lange, das ist schon ganz nice. Ja, ja, deswegen mach ich das auch gerne nochmal. Äh. Ja, also, mhm. Das ist alles hier teilweise ein bisschen... Weiß ich nicht. Hallo, Platin, Pro, LP. Mal gucken, ob wir hier hochfahren. Ja. Das ist wunderbar. Ja. End again. Ich lebe noch mal über 11. Oh, scheiße. Ich hasse Nitro-Kisten, hab ich das schon mal gesagt? Ja. 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 Ja, mach seine Ärmchen nicht hoch. Die mag ich nicht so. Weil die Hitbox so ein bisschen bescheiden ist. Oh, ein Checkpoint. Das ist schön. Das ist schön. Schaut euch mal vor, es gibt eine Totenkopf-Platform in der Totenkopf-Platform. Ja. Ja. Oh, das war knapp. Also. So. Wie gesagt, ich mag die Viecher nicht, weil die bescheißene, bescheißene, bescheißene nicht. Bitte, 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 bitte. Ja. Oh. Wir müssen das Level nur noch mal ins Off-Zeit machen. Aber erstmal jetzt nicht mehr. Ah, schön. Schön, schön, schön. Oh, ich müsste jetzt mal langsam meinen Greenscreen beheben. Ach so, das ist die andere Seite. Ach so, das ist die andere Seite. Stimmt. Ich muss mal grad die Vorhänge, genau. Ich zieh mal grad die Vorhänge zu, weil die Sonne meint jetzt grad zu ballern. Okay. Und dann kann ich auch direkt auf Biblico gehen. Bis gleich. Ah so. So. Habe ich die? Ja. So. Äh. Was haben wir hier? Es wird noch spaßig werden. In dem Level habe ich auch super lange für das Relikt gebraucht. Also das war auch glaub ich das letzte Level, was ich gemacht habe. Ähm. Jetzt wo ich drüber nachdenke. Vorletzte Woche Freitag. Laptop von der Arbeit geholt. Für Homeoffice. 20 Grad davor 0. Letzte Woche einkaufen. Um 8. Um 12. Unter der Woche minus 5. Why weather why? Oh. Der Corona-Husten. Ich bin froh wenn es wieder wärmer wird. Ich friere den ganzen Tag. Ich finde eigentlich so, wie es heute Nachmittag war, ganz gut. Also wir haben ja jetzt Nachmittag aber so, als ich nach Hause gefahren bin, 10 vor 2. Aber gut. Ja. So. Wir machen einfach mal weiter. Als ob nichts gewesen wäre. Rockets. Ein Fluglevel. Wunderschön. Ach, die Musik. Oh. 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 So und da. So auch eine die sich mit Corona ... Nein! Einmal! Montags, zweimal ummhort! Und stinklicher Wochenende! Also nochmal wegen der Steuerung. Die waren nämlich im Original, glaube ich, irgendwie geiler. Da war das nämlich, glaube ich, umgekehrt, ne? Entschuldigung. Dass unten nach oben war und oben nach unten. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich erst immer mal in die falsche Richtung fliegen. Kannst du Pause... Okay, Moment. So kann man fliegen, so ist halt gut. Vielen Dank, wer hat's gesagt. Uli. Ich mein schon, aber das ist... So gehört sich das. So gehört sich das. Habe ich genießt oder habe ich gerülpst? Ich glaube, ich habe eher gerülpst. Oder? Weiß ich nicht. Wie man sieht, ich komme mit der Steuerung immer noch nicht so ganz klar. Ich muss einfach denken, ich werde ein Rennspiel spielen, wo er zwei Gas geben ist und er zwei Rückwärtsgang. Das weiß ich nicht, in Crash 3 habe ich die voll nicht gerne gemacht. Da fand ich die Flugländer richtig scheiße. Das Isolierung. Böse Isolierung. Äh. 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 Ich habe auch noch einen Gutscheid, der bis Juni eingelöst werden muss. Ich bin im Adventskalender.